Hallo, herzlich willkommen zurück meine Damen und Herren zu DAX Sport TV Teleshopping. Wir sind back at it wie ein Crack at it Flo. Wie geht's? Wir sind back wie Rücken auf Englisch. So schaut's aus. Wir haben vorher, das war schon ganz geil, was wir euch präsentiert haben. Jetzt legen wir einfach nochmal eine Schippe drauf. Nochmal scheiß drauf, machen wir das einfach. Und zwar haben wir wirklich ein absolutes, absolut neues Ding. Es gibt es nur einmal auf dieser Welt entworfen. Und zwar ist es, ihr seht es schon, eine Bauchtasche. Ist keine Bauchtasche, ist eine Bauchtasche. Und wir haben uns lange überlegt, es wird oft falsch gesehen, dieses Item. Voll. Man sagt, es ist so ein Tickerbeutel, bla bla bla. Damit wollen wir mal komplett brechen mit diesen Vorurteilen. Wir haben uns gedacht, so eine Bauchtasche ist einfach geil, ist super praktisch. Voll. Und wir wollen euch einfach kurz erzählen, wo kann man diese Bauchtasche so verwenden. Ja Flo, also ein Szenario zum Beispiel. Stell dir vor, du bist im Rapoldi Park und fütterst so die Enten. Geht ein anderer Park auch? Geht ein anderer Park auch. Auf jeden Fall, du fütterst die Enten, die Enten hängen voll aus. Und irgendwann geht dir das Futter aus. Wer kennt's nicht? Kein Futter mehr im Park. So, was machen wir jetzt? Kein Futter mehr im Park. Was machen wir jetzt? Du nimmst das Handy aus. Achso, das haben wir gar nicht gesagt, da ist ein Handy drin. Zack. Schön Babyblau. Wird zum Schindy passen. Rufst deinen Bruder an. Ja Bruder, wie geht's? Ja, mir geht's gut, Alhamdulillah. Hey, hast du ein bisschen Futter? Ich bin im Rapoldi Park, hast du Futter? Nein, nicht Futterkutter, Futter. Okay Bruder, okay, ein. Und schon hast du dein Futter wieder. Kommt dein Bro und bringt dir Futter vorbei. Zack und die Enten sind wieder zufrieden. Und Jock, dieses Handy ist dabei. Das ist da dabei? Wir haben das irgendwann mal so um die 2000er Jahre geladen. Genau, ungefähr 2004 haben wir es einmal geladen, jetzt ist es bei 80%. Ja. Also ich glaube, das Ladekabel braucht ihr nicht. Dann, wer kennt's nicht so, du bist... Was gibt's noch? Genau, spiel mal ein anderes Szenario. Wo kann man es sonst so verwenden? Ja, du bist unterwegs. Wer kennt's nicht, so ein bisschen Obst ausfahren in der Nacht. Bist im Taxi unterwegs, fährst Obst aus. Also ich habe noch nie gehabt so, aber viele Freunde von mir haben das erzählt. Ich bin unterwegs mit dem Taxi, ist super anstrengend, wenn die Kunden mit dem Taxi einsteigen, dass sie die Ware immer hinten aus dem Kofferraum holen. Voll, mega anstrengend. Kann ich mir richtig vorstellen. Ich auch. Ich fühl's richtig. Also? Und da hab ich gesagt, hey Jungs, einfach diese Bauchtasche, da müsst ihr nicht mehr hinterher rein. Sondern könnt ihr hier Weintrauben rausholen, Himbeeren rausholen, Johannesbeeren, Erdbeeren, was ihr wollt, könnt ihr direkt hier, müsst nicht mehr aussteigen, zum Kofferraum gehen, könnt ihr direkt hier ausgeben. Und hinten ist auch noch so ein Fach. Perfekt. Oh, macht nix. Das ist auch eben ein Vorteil von dem Handy. Macht gar nix. Passiert nix. Schau, nochmal. Nix. Nix. Stell dir vor, das wäre mein iPhone, Flo. Kannst du dir vorstellen. Soll ich nochmal oder lass mal es? Ne, lass mal es. Und hinten ist auch noch ein bisschen Platz für die Kohle, die ihr macht beim Obstverkaufen im Taxi. Weil Obst ohne Kohle geht nicht. Voll. Was geht noch mit der Bauchtasche? Ja, was geht noch? Also du, Flo, kennst es sicher gut. Du hast keine Freunde, keiner will mit dir reden. Nix. Einfach, du stehst da alleine in der Bar, keiner will mit dir reden. Was machst du dann? Stichst dir die Bauchtasche an. Und schon kommen die Leute, hey Bruder, was geht? Kann man was machen? Geht's dir gut? Soll mal was trinken? Magst du was trinken? Echt? Sofort. Dein soziales Leben ist komplett, Veränderung. Jeder will was von dir, gell? Mit einer Bauchtasche. Ich mag eh schon. Ich will eigentlich jetzt mit dir was trinken, weil du die Bauchtasche an hast. Ja, mir kommt die Idee im Club zum Beispiel. Wer kennt's nicht? Du gehst im Club auf, die Clubtoilette ist übelst voll, jeder hat's Handy draußen so und jeder sucht nach einem Ladegerät. Ja. Und dann kommst du einfach rein mit der Tasche und sagst, hey Boys oder Girls, iPhone, Samsung, wer braucht Ladekabel? Zack und schon. Hammer. Und du bist der King. Der King? Die suchen. Stundenlang suchen die, blockieren die Toiletten zu fünft, zu sechst. Keine Ahnung. Keiner findet's. Keiner findet's und du kommst rein und sagst so. Zack. Klopp, klopp. iPhone, Samsung, Android, was du willst. Alles da. Alles da. Ja Flo, und das wär jetzt alles gewesen, logisch, aber wir sind ja bei Primetime. Hashtag 4, unser Jubiläum, das haben wir vergessen, das ist unser viertes Mal. Keiner von uns hätte gedacht, dass wir so lange im Programm bleiben, muss man dazu sagen. Schau dir das an. Schau dir das an. Aber wir haben hier das neue Tape von unserem Bruder Johnny Messer gratis in der Bauchtasche dabei. In der Bauchtasche. Aber was heißt Tape? Das ist ja eine Karte erstmal. Ja, das ist eine Karte, das ist ja USB-Stick. Ah, das ist ein USB-Stick. Kannst du aufmachen. Okay, geil. Ja, und was ich auch praktisch finde, wenn man beim Backen ist und irgendwie das Mehl klumpt, kann man das auch klein machen, ein bisschen mit der Karte. Das ist geil. Zack. Eine geile Idee auf jeden Fall. Und das ganze Tape ist drauf, glaube ich, oder? Das ganze Tape. Inklusive dem Track, den wir vorher gehört haben. Ist auch dabei. Ach krass. Ja, ist ein Wahnsinn. Okay, dann rechne ich ganz kurz hoch. Bauchtasche, 70 Euro. Tape, 30 Euro. Und dann noch mal das Handy. Ich glaube, es geht so für ein Hundi weg auf Villaben. Locker. Locker. Und in Babyblau auch noch. Sind wir bei 200. Aber wir verkaufen es nicht für 200. Nicht? Ne. Was dann? Schau mal da rüber. Ich sehe es nicht. Ah, da. Warte, ich sehe nichts. Was? 49 Euro. Hast du den Preis ausgesucht? Nein. Bro, ich habe es dir vorhin schon gesagt. Ich mache die Preise nicht. Alter, was ist das? Ich weiß nicht, wie die zustande kommen. Um 50 Euro willst du das hergeben? Um 50 Euro. Und es ist einmalig. Ja. Leute, wo kann man das kaufen? Auf dugsbow.club, meine Damen und Herren. Einmalig. Einmalig. Das gibt es nur einmal. Sonnenanfertigung. Sonnenanfertigung. No joke. Das heißt, Wertsteigerung ist auch ein Stichwort. Weil das gibt es nur einmal. Und wir haben es verkauft. Ja. Keine Ahnung. Also 49,90 Euro. Das ist eigentlich geschenkt in meinen Augen. Finde ich auch. Also. Ich würde vorschlagen, der erste gewinnt, oder? Du siehst es da drüben. Ich sehe es da drüben. UVP unbezahlbar. Ja. Flo. Also ich glaube, viel mehr müssen wir da nicht wirklich sagen. 49,90 Euro, wie wir auf den Preis gekommen sind, meine Damen und Herren, kann ich euch nicht sagen. Aber, wenn sie es so wollen, dann verkaufen wir es auch um 50 Euro. 49,95 Euro. Und euch gehört diese frische Bauchtasche mit... Handy. Handy. Mit Johnny Messer Tape. Und mit Bauchtasche. Und mit Bauchtasche. Genau. Wer kann da Nein sagen? Gut. Das war's auch schon von uns. Vielen lieben Dank. Das war's von uns. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ja. Und... Äh... Bis dann, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Tschüss. Ich will, 하면서 mej sagen. Die ganz hoffen. Die Order. Der kann vierge auf Riesstück zur Verfügung zu persecuted.